Der Schauspieler Götz-George ist laut Medien im Alter von 77 Jahren gestorben. Bekannt wurde er vor allem als Tatortkommissar Horst Schimanski. 2014 bekommt er von Bundespräsident Joachim Gauck das Bundesverdienstkreuz verliehen. Der Bild zufolge starb George bereits am Sonntag vergangener Woche. Laut der Zeitung wurde er in Hamburg im engsten Familienkreis beigesetzt.